Moment, ich habe gerade einen Generator gehört. Moment, ich höre ihn. Wo bist du? Gibt dich zu erkennen. Gibt sich doch, oder? Bleib doch mal stehen, ich bin Anfänger-Killer. Ich bin auch ganz zärtlich. Und du brauchst keine Angst zu haben, mein Messer ist ganz stumpf. Ich repariere gleich mit den Generatoren, hör mal. Was hältst du denn davon? Ich suche mir jetzt mal den Generator hier aus, mal so random. Die halten sich gut versteckt, die Leute. Flüstere mir irgendwas ins Ohr, Baby. Sag was. Stöhne vor Schmerzen. Ich habe es jetzt mit den Generatoren, ne? Nur mit denen. Gehe jetzt mal woanders hin, sag. Hast du jetzt davon? Hi! Na komm, jetzt renn doch mal. Ich weiß, es ist fies, zu stehen zu bleiben, zweimal drauf zu hauen, aber... Hey, ich bin Killer! Guck mal, Haken! Kann ich mir jetzt aufladen? Nee, ne? Es geht nur, wenn die rumschleicht. Okay. Aha. Aha. Ah! Ah! Oh Gott. Ah! Ich habe gerade einen Schrank gehört. Welcher Schrank könnte es sein? Hi! Tja, Freund. Dein Glück ist, dass hier kein Haken in der Nähe ist. Bis du wieder... Bis wir da sind, hast du dich freigewickelt. Hi, Haken! Ich gehe mal rückwärts. Gucken, sehe ich irgendeinen? Nee, ne? Ich gehe mal weiter so durch die Gäste. Tja, soviel zum Thema Teamplayer, weil die verpissen sich alle. Und ich habe die beiden noch nicht mal gejagt. Mal gucken. Wer jagt jetzt hier weh? Gehen wir mal. Der rennt noch nicht zum Ausgang? Entweder... Na doch, er ist rausgerannt. Kleiner Triumph! Na ja, ab zum Upgrade. Mal gucken. Was kann man jetzt machen? Mattes Reagenzglas. Ich kann schwören, ich habe das vorhin genommen gehabt, aber egal. Nehmen wir die auch wieder. Aha. Okay. Und weiter geht's, Mr. Gates. Die nächsten Opfer, bitte. Ich bitte zu Anerlass. Ich bitte zu Anerlass. Oh, ich muss doch mal auf Fertigdrücken. Was nützt es, wenn der Killer nicht auf Fertigdrückt, ne? Aber ich sage mal, dass ich mal alle vier aufhänge, dass Chubby nicht hat. Höchst, was ich mal hatte, als Killer waren, glaube ich, zwei Mann. Aber ich glaube, nur weil die anderen beiden kein Teamplay gemacht haben. Deswegen ich als Killer-Mengne eine Warenite. Ja, kommt. Ich möchte noch ein Opfer haben. Ein weiteres Opfer, bitte. Bitte ein Opfer. Ein weiteres. Ein weiteres. Na dann, bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt, wen wir da jetzt haben. Ich bin mal gespannt, welche Karte wir kriegen. Bitte nicht schon, wer liegt ihr in der Anstalt. Weil das ist ja die Karte, die eigentlich zu Nurse gehört, zur Krankenschwester. Ich hätte jetzt einmal gerne wirklich die Karte, die zu Michael Myers gehört. Lemkin, jawohl, ja. Na dann. Die ist verwinkelt. Ich sehe die heute zum ersten Mal in Natura. Ich habe die bisher immer nur als Letztplee gesehen. Hi. Herr Michael Myers, würden Sie mal wieder aus dem Fenster steigen? Da wollte der einfach nicht. Da ist auch wieder lang geschlichen. Ich habe da wegen gehört. Ich habe da wegen gehört. Und hier ist da, ist er. Heul nicht rum. Mach das scheiß Ding kaputt, Mensch. Der steht da rum, hör mal. Ich glaube, die haben es mit dem Generator hier hinten. Und ich ist mit euch. Ich habe ihn gesehen. Dreht euch nicht um. Michael Myers geht herum. Da hinten steht einer. Die Frage ist, wo ist er? Die Karte ist schon geil. Gucken, sehe ich irgendwer? Ne. Da oben. Da ist einer. Hier ist eine Lampe. Das Polizeifunkteil, da brabbelt auch vor sich hin. Ich sage, wann spiele ich mal Death for Daylight? Deswegen bin ich da noch ein bisschen unerfahren. So was Taktik und so in dem Spiel angeht. Und jetzt, wo ich hier endlich rausgefunden habe, wie ich den Killer hier einsetzen muss, hör mal da, da, da. Also warte, ich bleibe mal hier stehen, du. Der wird wieder hinkommen. Winchester hat sich geheilt. Okay. 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 Der war ein bisschen näher. Ich bleibe jetzt mal extra hier hinten. Okay. Okay. Hier ist auch gerade ein Ausgang, habe ich gesehen. Hier ist auch gerade ein Ausgang. Das ist auch gerade ein Ausgang, habe ich gesehen. Und wieder schleichen die hier hinten rum. Die ist schön verwinkelt. Ich habe da was gehört. Können auch die Krähen gewesen sein. Ich glaube, ich ändere gleich meine Taktik mal ein bisschen ab. Das ist mein Lieblingsgenerator hinten. Den mag ich. Leute, kommt doch mal her. Michael möchte mit euch spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu doof hier irgendwie. Warte mal. Die wissen gut, wie sie schleichen können. Und ich weiß gut, wie ich dran vorbeischleichen kann. Gucken, wo steht der scheiß Generator. Der ist hier im Häuschen. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Kommt doch mal raus, Leute. Michael will mit euch... ...mit euch spielen. So, mal gibt es hier noch Generatoren? Die laufen Kakerlaken durch die Gegend. Ist das was zu bedeuten? Der läuft doch mit voller Kraft voraus, Captain, oder? Wer ist gerade nervös, Adi, oder ich? Einen Generator haben sie wieder. Hier ist doch einer. Jetzt gucke ich mal die Schränke nach. Jetzt müssen wir sogar ein paar mehr von. Jetzt habe ich doch gerade einen gehört. Dreht euch nicht um, bin der Michael. Geht herum. Hat das was mit den Kakerlaken zu bedeuten? Geht herum. 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 Jetzt bleiben wir hier stehen, so. Alles Spielverderber. Ich glaube, da hinten ist einer langgelaufen. Die kennen die Karte wohl. Die haben sich hier überall aufgehalten, ne? Na, egal. Haben wir die Karte auch mal gesehen? Und die Maus ist weg. Ach, nö. Auf der Suche nach der Maus. Da ist sie wieder. Ja, ich würde sagen, ich höre jetzt gleich mal auf, du. Meine Konzentration lässt langsam nach. Aber wir haben Punkte gekriegt. Okay. Kommt, Detektivmütze. Ja. Na, ich würde sagen, wie ich mache jetzt hier Schluss für heute. Wie gesagt, mir... Wollt ihr nur für ein Stündchen machen. Ich sage mal, danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr mir über die Schulter geschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Livestream wieder. Also bis dann. Euer Mikey. Tschüss.